Der Narr liest Die drei Musketiere Von Alexandre Dumas Kapitel 54 Ein Tropfen Wasser Rochefort hatte sich kaum entfernt, als Madame Bonacieux zurückkehrte und Mylady mit lachendem Gesicht antraf. »Nun«, sagte die junge Frau, »was Sie befürchtet haben, ist doch eingetroffen. Diesen Abend oder morgen lässt der Kardinal Sie abholen.« »Wir wissen Sie das? Ich hörte es aus dem Munde des Boten.« »Setzen Sie sich zu mir«, sagte Mylady, »hier sitze ich. Warten Sie, ich will mich versichern, dass uns niemand behorche.« »Wozu diese Vorsicht? Sie sollen es erfahren.« Mylady erhob sich, ging zur Tür, öffnete sie, blickte hinaus in den Korridor, kehrte wieder zurück und nahm neben Madame Bonacieux Platz. »Er hat also seine Rolle gut gespielt?« sagte sie. »Wer denn? Der Mann, der sich bei der Äbtissin als Gesandter des Kardinals angemeldet hat. Hat er denn eine Rolle gespielt?« »Ja, mein Kind! Dieser Mensch ist also kein dieser Mensch«, versetzte Mylady mit gedämpfter Stimme. »Dieser Mensch ist mein Bruder.« »Ihr Bruder?« rief Madame Bonacieux. »Um dieses Geheimnis weiß niemand. Als Sie, mein Kind, und wenn Sie es irgendjemandem mitteilen, so bin ich verloren, und Sie vielleicht mit mir.« »Ach, mein Gott!« »Hören Sie, was geschehen ist. Mein Bruder, der mir zur Hilfe kam und mich nötigenfalls gewaltsam von hier wegbringen wollte, traf den Emissär des Kardinals, welcher mich abholen sollte. Er folgte ihm nach, und als Sie sich auf einem einsamen, verborgenen Weg befanden, zog er sein Degen und begehrte vom Boten die Papiere, die er bei sich trüge. »Dieser wehrte sich, und mein Bruder tötete ihn.« »Ach!« seufzte Madame Bonacieux erschüttert. »Aber bedenken Sie, dass dieses das einzige Mittel war!« »Sonach beschloss mein Bruder, List statt Gewalt zu gebrauchen. Er nahm die Papiere, trat hier als Abgesandter des Kardinals auf, und in ein paar Stunden wird mich auf Befehl seiner Eminenz ein Wagen abholen.« »Ich begreife, diesen Wagen sendet Ihnen Ihr Bruder. Richtig. Doch das ist doch nicht alles. Der Brief, den Sie empfangen haben, und von dem Sie glauben, er komme von der Frau von Schrebrös.« »Nun?« »Er ist falsch.« »Wieso?« »Ja, falsch. Es ist ein Fallstrick, damit Sie, wenn man Sie abholen will, keinen Widerstand leisten.« »Aber D'Artagnan wird kommen und mich abholen.« »Sie irren. D'Artagnan und seine Freunde sind bei der Belagerung von La Rochelle.« »Woher wissen Sie das?« »Mein Bruder ist Emissäre des Kardinals in Musketieruniform begegnet.« »Man würde Sie vor die Tür gerufen haben. Sie wären der Meinung gewesen, Ihre Freunde seien angekommen, und man hätte Sie festgenommen und nach Paris zurückgesteppt.« »Ach, mein Gott! Mein Kopf verwirrt sich mitten in diesem Chaos von Schändlichkeiten. Ich fühle, dass ich verrückt werden müsste, wenn das noch lange fortdauern würde,« klagte Madame Bonacieux und presste die Stirn in ihre Hände. »Hören Sie!« »Was? Ich höre den Tritt eines Pferdes. Es ist das meines Bruders, der wieder abreist. Kommen Sie! Ich will ihm ein letztes Lebewohl sagen!« »Mein Lady« öffnete das Fenster und gab Madame Bonacieux einen Wink, das sie zu ihr treten möge. Rochefort ritt im Galopp vorbei. »Lebt wohl, Bruder!« rief »Mein Lady«. Der Edelmann blickte in die Höhe und sah die zwei jungen Frauen und winkte My Lady im schnellen Ritte freundlich zu. »Der gute Georges«, sagte sie, indem sie mit einem Ausdruck von Zärtlichkeit und Schwermut das Fenster wieder schloß. Dann setzte sie sich abermals auf ihren Platz, als wäre sie in rein persönliche Gedanken vertieft. »Liebe Madame«, sagte Madame Bonacieux, »um Vergebung, dass ich sie störe, doch, mein Gott, was raten Sie mir denn zu tun? Sie haben mehr Erfahrung als ich. Sprechen Sie! Ich höre!« »Fürs Erste«, entgegnete My Lady, »kann ich irren, und es ist wohl möglich, dass Ihnen d'Artagnan und seine Freunde in der Tat zur Hilfe kommen.« »Das wäre schön«, rief Madame Bonacieux, »aber so viel Glück gibt es für mich nicht auf dieser Welt.« »Sie begreifen, dass es ganz einfach eine Zeitfrage, eine Art Wettlauf wäre, wer zuerst ankäme. Tragen in der Schnelligkeit ihre Freunde den Sieg davon, so sind sie gerettet, gewinnen die Boten des Kardinals, den Vorsprung, so sind sie verloren.« »Ach, ja, ja! Ohne Barmherzigkeit verloren, doch was tun, was anfangen!« »Da gäbe es ein ganz einfaches, ganz natürliches Mittel. Nennen Sie es!« »Es bestände darin, dass Sie in der Umgebung verborgen harren, um sich zu überzeugen, welche Menschen nach Ihnen verlangen.« »Aber wo soll ich harren? Das hält nicht schwer. Ich selbst verberge mich einige Meilen von hier und bleibe dort, bis mich mein Bruder holt, wenn es Ihnen beliebt. So nehme ich Sie mit. Wir verstecken uns gemeinsam und harren gemeinschaftlich auf Rettung. Man wird mich aber nicht fortlassen, da ich gleichsam als Gefangene hier bin. Bei dem Glauben, dass ich im Auftrage des Kardinals reise, wird man nicht dafür halten, dass Sie große Eile hätten mir zu folgen. Und dann? Der Wagen steht vor der Tür. Sie sagen mir Liebewohl, steigen auf den Fußtritt, um mich zum letzten Mal zu umarmen. »Dartagnan, der Bediente meines Bruders, der mich fortführt, wird in Kenntnis gesetzt. Er gibt dem Postelion einen Wink, und wir rollen im Galopp von hinnen.« »Aber Dartagnan, wenn Dartagnan kommt, werden wir das nicht erfahren?« »Wie denn?« »Nichts ist leichter als das. Wir schicken den Bedienten meines Bruders, auf den wir rechnen können, zurück.« »Er mietet unter einer Verkleidung eine Wohnung dem Kloster gegenüber. Kommen Emissäre des Kardinals, so rührt er sich nicht. Kommen aber Dartagnan und seine Freunde, so führt er sie an den Ort, wo wir verborgen sind.« »Er kennt sie also? Allerdings hat er den Nicht-Herrn Dartagnan bei mir gesehen. Oh, ja, ja, Sie haben recht. Auf diese Weise wird alles gut gehen, aber machen wir uns nicht bald auf den Weg? Um sieben Uhr oder längstens um acht Uhr sind wir an der Grenze und verlassen Frankreich mit dem ersten Lärm. Und was soll ich bis dahin tun? Warten. Wenn Sie aber kommen, der Wagen meines Bruders wird noch vor Ihnen eintreffen. »Wenn ich in dem Moment, da man sie abholt, von Ihnen fern bin, etwa beim Mittag oder beim Abendessen, so hören Sie, was zu tun ist. Was? Bitten Sie unsere gute Äbtissin, das Mal mit mir einnehmen zu dürfen, damit Sie mich so wenig wie möglich zu verlassen brauchen. Hat Sie das erlauben? Was ist denn an der Sache Ungereimtes? Oh, schön, schön. Auf diese Weise trennen wir uns nicht einen Augenblick. Nun, gehen Sie jetzt hinab und tragen Sie ihr die Bitte vor. Mein Kopf ist mir so schwer. Ich will einen Gang durch den Garten machen. Gehen Sie. Und wo werde ich Sie wieder treffen? Hier, nach einer Stunde. Oh, ich danke, wie gütig Sie doch sind. Wie sollte ich nicht eine warme Teilnahme für Sie empfinden, da Sie so schön und liebenswürdig sind? Und sind Sie nicht auch die Freundin von einem meiner besten Freunde? »Der liebe D'Artagnan, wie dankbar wird er Ihnen sein!« Die zwei Frauen wechselten ein holzseliges Lächeln und schieden. Nach Verlauf einer Stunde vernahm Malady eine süße Stimme, die ihr zurief. Es war Madame Bonacieux. Die gütige Äbtissin gab ihr natürlich die Erlaubnis zu allem, und für den Anfang sollten Sie das Abendbrot gemeinschaftlich verzehren. Als Sie in den Hof kamen, hörten Sie einen Wagen rollen, der vor dem Tor anhielt. Malady lauschte und sagte dann, »Hören Sie?« »Ja, das Rollen eines Wagens. Er ist derjenige, den uns mein Bruder sendet. Oh mein Gott!« »Auf! Nur mutvoll!« Man läutete an der Klosterpforte. Malady hatte nicht geirrt. »Gehen Sie hinauf in Ihr Zimmer,« sprach sie zu Madame Bonacieux. »Sie haben wohl einige kleinen Odien, die Sie gern mitnehmen.« »Ich habe seine Briefe,« antwortete sie. »Gut, so holen Sie dieselben. Kommen Sie dann wieder schnell zu mir, dass wir geschwind ein kleines Abendbrot nehmen. Vielleicht reisen wir einen Teil der Nacht, wo wir Kräfte nötig haben.« »Großer Gott!« rief Madame Bonacieux. »Mein Herz droht zu zerbrechen. Ich kann nicht von hinnen. Nur Mut, meine Teure, nur Mut. Bedenken Sie, dass Sie in einer Viertelstunde schon gerettet sind und das, was Sie tun, nur für ihn tun. Ja, ja, alles für ihn. Sie erwecken mir durch ein einziges Wort den Mut wieder. Gehen Sie, ich folge.« Madame Bonacieux nahm das Glas, das vor ihr stand, zur Hand. In demselben Moment aber, wo sie trinken wollte, erstarrte ihre Hand. Sie hörte von der Ferne das herannahende Stampfen eines Galopps, und fast zu gleicher Zeit glaubte sie, Pferdegewirr zu vernehmen. Dieses Getöse riß sie aus ihrer Freude, wie uns das Brausen eines Sturmes mitten aus einem schönen Traum weckt. Sie wurde blass und lief nach dem Fenster, indes sich Madame Bonacieux am ganzen Leibe zitternd erhob und sich auf den Stuhl stemmte, um nicht umzusinken. Man sah noch nichts, doch hörte man den Galopp immer lauter. »Oh, mein Gott!« rief Madame Bonacieux. »Was hat dieses Geräusch zu bedeuten?« »Es kommt von unseren Freunden.« »Oder von unseren Feinden«, entgegnete My Lady mit schauerlicher Kaltblütigkeit. »Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich werde es Ihnen sagen.« Madame Bonacieux blieb auf ihrem Platze stehen, stumm, regungslos und blass wie eine Bildsäule. Indes wurde das Geräusch immer stärker. Die Pferde konnten nicht mehr über 500 Schritte entfernt sein. Man konnte sie bloß deshalb nicht sehen, weil die Straße eine Biegung hatte. Allein das Stampfen war so deutlich, dass man fast die Anzahl der Pferde an dem Hufschlag unterscheiden konnte. My Lady spähte mit aller Anstrengung der Aufmerksamkeit. Es war gerade noch hell genug, um die Ankömmlinge erkennen zu können. Auf einmal sah sie an der Krümmung des Weges Tressenhüte schimmern und Federn flattern. Sie zählte zwei, dann fünf, endlich acht Reiter. Einer davon ritt den anderen um zwei Pferdelängen voran. My Lady brach in Stöhnen aus. Sie erkannte in demjenigen, der vorausritt, d'Artagnan. »Oh, mein Gott!« seufzte Madame Bonacieux. »Was ist denn?« »Es ist die Uniform der Leibwachen des Kardinals. Verlieren wir keinen Augenblick!« schrie My Lady. »Entfliehen wir schnell hinweg!« »Ja, ja! Entfliehen wir!« wiederholte Madame Bonacieux, vermochte aber keinen Schritt zu tun, da sie der Schreck an ihren Platz fesselte. Man hörte die Reiter unter dem Fenster vorbeitraben. »So kommen Sie! So kommen Sie doch!« rief My Lady und suchte die junge Frau am Arme fort zu zerren. »Mithilfe des Gartens können wir noch entschlüpfen. Ich habe den Schlüssel. Doch schnell, denn in fünf Minuten wäre es schon zu spät.« Madame Bonacieux versuchte zu gehen, tat ein paar Schritte und sank in die Knie. In diesem Augenblick vernahm man das Rollen eines Wagens, der beim Anblick der Musketiere im Galopp davonsprengte. Darauf ertönten drei oder vier Schüsse. »Zum letzten Mal!« rief My Lady. »Wollen Sie kommen?« Plötzlich funkelte ein fahler Blitz aus ihrem Auge. Sie lief zu dem Tisch und goss in das Glas von Madame Bonacieux den Inhalt eines Ringkastens, den sie mit eigentümlicher Hastigkeit geöffnet hatte. Es war ein rotes Kügelein, das auf der Stelle zerfloss. Hierauf ergriff sie das Glas mit fester Hand und sprach zu Madame Bonacieux. »Trinken Sie! Dieser Wein wird Ihnen Kraft geben! Trinken Sie!« Sie hielt das Glas an die Lippen der jungen Frau, die maschinenartig trank. »Ha! Ich wollte mich nicht auf diese Weise rächen!« stammelte My Lady, während sie mit einem höllischen Grinsen das Glas auf den Tisch stellte. »Aber meiner Treu! Man tut nur, was man kann!« Darauf stürzte sie aus dem Zimmer. Madame Bonacieux sah sie fliehen, konnte aber nicht folgen. Es war ihr wie jenen Menschen, die träumen, dass man sie verfolge und umsonst zu laufen versuchen. So vergingen einige Minuten. Ein entsetzlicher Lärm entstand vor der Tür. Madame Bonacieux erwartete jeden Augenblick My Ladies Zurückkunft, doch erschien sie ihr nicht wieder. Es trat ihr zu öfteren Malen ein kalter Schweiß auf die brennende Stirn, zweifelsohne eine Wirkung des Schreckens. Endlich hörte sie das Knarren der Gitter, die man öffnete. Der Lärm von Stiefeln und Sporen erdröhnte auf der Treppe. Sie glaubte in einem starken Gemurmel von Stimmen, die sich näherten, ihren Namen nennen zu hören. Auf einmal erhob sich ein lautes Jubelgeschrei, und man stürzte nach der Tür. Sie erkannte D'Artagnans Stimme. »D'Artagnan«, rief sie. »D'Artagnan, sind Sie es hierher?« »Konstanze, Konstanze«, erwiderte der junge Mann. »Oh Gott, wo sind Sie denn?« In demselben Moment ward die Tür der Zelle durch einen gewaltsamen Stoß aufgesprengt. Mehrere Männer traten in das Zimmer. Madame Bonacieux war in einem Lehnstuhl gesunken, ohne dass sie sich von der Stelle zu rühren vermochte. D'Artagnan schleuderte eine noch rauchende Pistole von sich und sank vor seiner Geliebten auf die Knie. Athos steckte seine Pistole in den Gürtel, Portos und Aramis, die ihre entblößten Degen in der Hand hielten, steckten sie in die Scheide. »Oh, D'Artagnan, mein geliebter D'Artagnan, endlich kommst du da. Hast mich nicht getäuscht, du bist es. Ja, Konstanze, ja, endlich vereinigt. Oh, sie hatte gut sagen, dass du nicht kommest. Ich hoffte dennoch und wollte nicht entfliehen. Und wie wohl tat ich daran? Wie bin ich glücklich?« Bei dem Worte erhob sich Athos plötzlich, nachdem er sich schon gesetzt hatte. »Sie? Wer sie?« fragte D'Artagnan. »Meine Gefährtin, diejenige, die mich aus der Freundschaft meinen Verfolgern entreißen wollte, diejenige, die eben entflohen ist, weil sie euch für die Leibwachen des Kardinals gehalten hat.« »Ihr Gefährtin?« fragte D'Artagnan und wurde so blass wie der weiße Schleier seiner Geliebten. »Von welcher Gefährtin reden Sie?« »Von derjenigen, deren Wagen vor der Tür stand, von einer Frau, die sich ihre Freundin nannte, D'Artagnan, von einer Frau, der Sie alles vertraut haben.« »Mein Name«, rief D'Artagnan, »mein Gott, wissen Sie Ihren Namen nicht!« »Ja, man hat Ihnen meine Gegenwart genannt, warten Sie doch. Das ist sonderbar, mein Gott. Meine Sinne verwirren sich, ich sehe nichts mehr.« »Seht nur, meine Freunde, seht, Ihre Hände sind kalt wie Eis«, sprach D'Artagnan. »Großer Gott, Sie verliert das Bewusstsein!« Während Portos mit der ganzen Gewalt seiner Stimme um Hilfe rief, eilte Aramis zu dem Tisch, um ein Glas Wasser zu holen. Er blieb jedoch auf einmal stehen, als er die schreckliche Verstörung in Arthos Gesichtszügen gewahrte, der am Tisch stand, die Haare gesträubt, die Glieder starr vor Schreck, eines von den Gläsern betrachtete und von einer entsetzlichen Vermutung hingerafft schien. Dann sprach er »Nein, das ist nicht möglich! Gott würde ein solches Verbrechen nicht zulassen!« »Wasser, Wasser«, schrie D'Artagnan, »Wasser!« »Arme, arme Frau«, seufzte Arthos mit gebrochener Stimme. Madame Bonacieux schlug unter D'Artagnans Küssen die Augen wieder auf. »Sie kommt zu sich«, rief der junge Mann. »Oh, mein Gott, mein Gott, ich danke dir!« »Madame«, fragte Arthos, »Madame des Himmels Namen, wem gehört dieses leere Glas?« »Mir«, erwiderte die junge Frau mit ersterbender Stimme. »Wer hat aber den Wein eingeschenkt, der in diesem Glase war?« »Sie!« »Doch wer sie?« »Ich erinnere mich«, stammelte Madame Bonacieux, »die Gräfin Winter!« Die vier Freunde stießen einen einzigen, gleichzeitigen Schrei aus. Aber Arthos' Stimme beherrschte die anderen. In diesem Moment wurde das Gesicht der Madame Bonacieux leichenfahl. Ein dumpfer Schmerz warf sie nieder. Sie sank schwer atmend in Porthos und Arames' Arme. D'Artagnan erfasste Arthos' Hände mit unsäglicher Angst und sagte, »Wie? Du meinst?« Seine Stimme ward von einem heftigen Schluchzen erstickt. »Ich glaube alles«, versetzte Arthos und biß in seine Lippen, daß das Blut hervorran. »D'Artagnan! D'Artagnan!«, rief Madame Bonacieux. »Wo bist du? Verlass mich nicht! Du siehst, dass ich sterbe!« D'Artagnan ließ Arthos' Hände los, die er in seinen krampfhaft gepressten Fäusten gehalten hatte. Ihr so schönes Angesicht war ganz verstört. Ihre glasigen Augen hatten schon keinen Blick mehr. Ein krampfhaftes Beben schüttelte ihren ganzen Leib, und der Schweiß floß ihr in Strömen von der Stirn. »Im Namen des Himmels eilt!«, rief Porthos. Arames schrie um Hilfe. »Umsonst«, versetzte Arthos. »Umsonst! Für das Gift, das sie einflößt, gibt es kein Gegengift.« »Hilfe! Hilfe!«, ächzte Madame Bonacieux. »Hilfe!« Dann raffte sie alle ihre Kräfte zusammen, nahm den Kopf des jungen Mannes zwischen ihre beiden Hände, starrte ihn eine Sekunde lang an, als wäre ganze Seele in ihrem Blick übergeschmolzen, und presste mit einem jammervollen Schrei ihre Lippen auf die Seinigen. »Uns tanze! Uns tanze!«, stammelte D'Artagnan. Ein Seufzer ertönte aus dem Munde von Madame Bonacieux, der den von D'Artagnan berührte. Dieser Seufzer war die so reine, so liebevolle Seele, die zum Himmel empor schwebte. D'Artagnan hielt nur noch eine Leiche in seinen Armen. Der junge Mann stieß einen Schrei aus und stürzte neben seiner Geliebten nieder, so blass und starr wie sie. Portos weinte. Athos streckte die geballte Hand zum Himmel empor. Aramis schlug ein Kreuz. In diesem Augenblick erschien ein Mann an der Tür, der fast so blass war wie diejenigen, die im Zimmer waren. Er blickte um sich, sah Madame Bonacieux entseelt und D'Artagnan ohnmächtig. Er traf gerade in dem Moment der Erstarrung ein, die immer auf große Katastrophen erfolgt. »Ich hab mich nicht geirrt«, sprach er. »Hier ist Herr D'Artagnan. Und Sie sind seine drei Freunde, Athos, Portos und Aramis.« Die drei genannten Männer blickten den Fremden verwunderungsvoll an. Allen dünkte, dass sie ihn kennen sollten. »Meine Herren«, sprach der Fremde, »Sie suchen wie ich eine Frau, und diese«, fügte er mit einem schauerlichen Lächeln hinzu, »muss wohl hier durchgereist sein, da ich dort eine Leiche sehe.« Die drei Freunde blieben stumm, nur erinnerte sie die Stimme wie vorher das Gesicht an einen Mann, den sie schon einmal gesehen hatten. Sie konnten sich aber nicht entsinnen, unter welchen Umständen. »Meine Herren«, fuhr der Fremde fort, »inem Sie mich nicht wieder als denjenigen erkennen wollen, der Ihnen zweifelsohne sein Leben zu verdanken hat, so muss ich meinen Namen sagen. Ich bin Lord Winter, der Schwager jener Frau.« Die drei Freunde drückten laut ihr Erstaunen aus. Athos erhob sich, bot ihm die Hand und sagte, »Komm, mein Lord, Sie gehören zu uns.« »Ich bin fünf Stunden nach ihr von Portsmouth abgesegelt«, sprach Lord Winter. »Ich kam drei Stunden nach ihr in Boulogne an. Ich verfehlte um zwanzig Minuten in Saint-Omer. Endlich habe ich in Lely ihre Spur verloren.« Ich reiste nun auf gut Glück und erkundigte mich nach ihnen, als ich sie im Galopp vorübersprengen sah. Ich erkannte Herrn d'Artagnan, rief ihnen auch noch zu, doch gaben sie keine Antwort. Ich wollte ihnen nachreiten, doch war mein Pferd so erschöpft, um mit den ihren gleichen Schritt halten zu können, und doch scheint es, dass sie bei all ihrer Hass zu spät gekommen sind. »Sie sehen es«, versetzte Athos und zeigte auf die entseelte Madame Bonacieux, und auf D'Artagnan, welchen Porthos und Aramis ins Leben zurückzurufen bemüht waren. »Sind denn beide tot?« fragte Lord Winter kalt. »Glücklicherweise nicht«, antwortete Athos. »Dartagnan ist nur ohnmächtig.« »Um so besser«, versetzte Lord Winter. Dartagnan schlug die Augen wieder auf. Er entwand sich den Armen von Porthos und Aramis und stürzte wie ein Wahnsinniger auf den Leichnam seiner Geliebten. Athos stand auf, ging langsamen, feierlichen Schrittes auf seinen Freund zu, und als dieser in ein Schluchzen ausbrach, sagte er mit seiner so edlen, beschwichtigenden Stimme zu ihm. »Freund, sei du, Mann, nur Weiber beweinen die Toten, aber Männer, rächen sie!« »Oh ja«, versetzte D'Artagnan, »wenn du von Rache sprichst, so bin ich bereit, dir zu folgen.« Athos nützte diesen Augenblick der Kraft, die seinem Freunde die Hoffnung auf Rache wiedererweckte, und gab Porthos und Aramis einen Wink. »Sie möchten die Abtissin holen.« Die Freunde trafen sie im Korridor, tief bestürzt ob dieser Vorfälle. Sie berief einige Nonnen, und diese erschienen gegen die klösterliche Regel vor den fünf Männern. »Madame«, sprach Athos und fasste D'Artagnan am Arme, »wir überlassen ihrer frommen Obsorge den Leib dieser unglücklichen Frau. Sie war ein Engel auf Erden, ehe sie ein Engel im Himmel wurde. Behandeln sie dieselbe so wie eine ihrer Schwestern. Wir wollen eines Tages zurückkommen, um auf ihrem Grabe zu beten.« D'Artagnan verbarg sein Gesicht an seines Freundes Brust und brach abermals in ein Stöhnen aus. »Weine«, sprach Athos, »weine, du, herzvoll Liebe, Jugend und Leben. Ach, könnte ich doch so weinen wie du.« Er zog seinen Freund nach sich, zärtlich wie ein Vater, trostreich wie ein Priester, groß wie einer, der viel ausgestanden hat. Sonach begaben sich alle fünf mit ihren Bedienten, die ihre Pferde am Zügel nachführten, in die Stadt bethün und hielten vor der ersten Herberge an, die sie sahen. »Verfolgen wir denn nicht diese Frau?«, fragte D'Artagnan. »Später«, erwiderte Athos, »erst muss ich meine Maßregeln treffen.« »Sie wird uns entschlüpfen«, versetzte der junge Mann. »Sie wird uns entschlüpfen, Athos, und daran bist du schuld.« »Ich bürge für sie«, entgegnete Athos. »Ich glaube aber«, sagte Lord Winter, »es gehe mich an, wenn Maßregeln gegen die Gräfin zu nehmen sind, da sie meine Schwägerin ist. Und sie ist meine Gemahlin.« D'Artagnan bebte, denn er fühlte, dass Athos seiner Rache gewiß war, weil er ein solches Geheimnis kundgab. Portos und Aramis sahen sich erbleichend an, Lord Winter hielt Athos für wahnwitzig. »Ziehen Sie sich nun zurück«, sprach Athos, »und lassen Sie mich gewähren. Sie sehen wohl, dass die Sache mich angeht als den Gemahl. Gebt mir nun das Papier, D'Artagnan, wenn ihr es nicht verloren habt, das aus dem Hutchen des Mannes gefallen ist und worauf der Name der Stadt geschrieben stand.« »Ah«, rief D'Artagnan, »ich begreife, der Name von ihrer Hand geschrieben.« »Du siehst wohl«, sagte Athos, »dass es einen Gott im Himmel gibt.« Ich dage, da haben Sie einen Gott im Himmel, die Guy, » Zuhawn Upp приближищand리 tracked. Zuhawn Uppルtapp Untertitelung des ZDF, 2020